so dann reden wir mal mit das namen ist schon wieder für eri eri chan ist das können können wir so wie jetzt in jakuza zero firmen verwalten das wird ziemlich krass deine ausbildung zu beginnen wie sieht das bei dir aus also ich kann ja eh nicht raus tatsächlich so tatsächlich so wie in jakuza zero wirtschaftssimulation in dieser wirtschaftssimulation versucht kazuya als geschäftsführer die firma ichiban pralinen ganz nach oben zu führen wenn du zur besten firma in yokohama 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 ja werden willst musst du platz eins in der aktien rangliste reiten das management läuft in zwei phasen ab tagesgeschäft und aktions aktionärsversammlungen kazuya führt das geschäft insgesamt viermal und berichtet am ende jeder periode an die aktionsversammlung natürlich darf kazuya das geld das über unternehmens nicht als persönliches sparschwein nutzen und umgekehrt auch nicht mit seinem persönlichen geld die firma finanzieren wer gewinn steigern will muss den umsatz steigern probieren wir einmal aus geschäfte zu führen nur um ein geschäft dafür zu bekommen wie das funktioniert darauf und ich das jetzt raus hausen aus wie ich das jetzt raus hausen minus das geschäft ich das jetzt raus hausen minus das geschäft wahrscheinlich nah weil da 370.000 was ein minus mal krass und ich habe es nicht ganz verstanden ok aktienkurs gefallen wir sind zwei also wir sind aus dem betrieb zwei weniger und dann sind wir ein micro unternehmen so manこんな感じで行業重ねていきます どうです割と簡単でしょなるほどなぁ てちょっと待てよなんか成功したような口調で話ししてるけど全然赤字じゃねーか 痛いところつきますね今うちにはろくな従業員もおらんし 設備もボロボロじゃそりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ じゃあどうすりゃいいんだお金を使って設備をグレードアップするとか 広告を打つとか優柔な人材を確保するとかしないとダメですよね そのためのお金はありません じゃあどうすりゃいいんだよそれを考えるのが彼氏の仕事じゃ マジかよとんでもねえものを引き受けちまったな わかったよじゃあとりあえずどうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし また借金するしかないですかね せっかくの飲み屋さんに返済してもらったのにな 彼氏誰かおらんのか 資産家の知り合いとか金持ちの親友とか 石油王の幼馴染とか 俺はヤクザ上がりの無職だぜ そんなの言えるわけ あ どうしました いや一人いるな というわけなんだよ 頼むよニック大方 俺はこの会社と野宮さんの思いを守りたいんだ 少しでも構わないから 出資とかいうのをお願いできれえかな え え ニック大方 ニック大方 一番の人を思う心 すごく胸に刺さったよ 感動した エモートなる お安い御用さ 僕が君の会社に出資してあげよう ほ本当か サンキュー ニック大方 だが僕も経営者の八クレ 無条件で金をばらまくほど 甘い人間じゃないよ 出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい 条件 だったら こちらもそれぞれの手続きを踏ませてもらわざるを得ない ボランティアじゃないからね それでも構わないかい もちろんだ よろしい では2つ目 決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること 株価ランキング 100位以内なんて余裕だと思うよ だから緊張感を出すためにも期限を設けたい 期限は後ほど連絡するつもりさ それでいいかい 分かった で、3つ目は 最後の条件は 時間はいくらかかっても構わない 最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ 株価ランキング1位 まあ簡単に言うと 横浜のてっぺんを取れ 横浜で一番の企業になれってことさ それが約束できないような経営者に 僕はお金を払うつもりはないんだ さ、どうする? やるに決まってるだろ よくわからないけど やるなら一番だ 横浜で一番成果を 一番でけえ会社にしてやるさ 交渉定率 だね OK じゃあすぐに支度金代わりに 第一段階の出資をしよう まずはその金を使って 設備を整えるなり 社員を入れ替えるなり 教育するなり 好きにするといいよ 分かった ありがたよ ニック大型 感謝の必要はないよ 君の会社が無事に育ったら こちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね 期待しているよ じゃ、アディオー ガ、カネジア 彼氏 やるじゃないか お主になら抱かれてもいいぞ 本当にありがとうな、バーサ 気持ちだけ受け取っておくぜ すごいです ありがとうございます カスガさん 俺ならニック大型にいな それにただもらえたわけじゃねえ 条件付きだ 資金をマイナスにしない 期限内に株価ランキングを100位以内にする そして 最終的に株価ランキング1位を獲得する の3つですよね ああ ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ その約束は絶対守らねえと 100位以内か 難しいかもしれんが 頑張るしかないの じゃあ 早速この資金を使って うちの会社の立て直しを始めましょう カスガさん 準備ができたら声をかけてください 分かりました 5万円の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援の支援を 使用して 会社の立て直しを始めます 準備はいいですか はい いいね 早速 やってみましょう やってみましょう simulated kern行くなり suddenly 買いわきや どうやすいな 貴 plainな支援を買ってみようか 若い頑張れないと 工夫が 実行するほど Companiesを独り込んで Jedes Unternehmen hat Fähigkeitsvoraussetzungen, die sich auf den Gewinn auswirken. Wenn deine Produkte und Dienstleistungen und dein Ansehen nicht den Anforderungen genügen, triffst du auf Probleme wie Umsatzrückgänge oder unerwartete Schwierigkeiten. Okay. Stell sicher, dass du die Anforderungen an Produkten, Dienstleistungen und Ansehen erfüllst, indem du die richtigen Angestellten zuweist. Okay. Also irgendwie blick ich da noch nicht ganz so durch. Zum Beispiel sie erfüllte Dienstleistungen. Sollte ich sie einstellen, weil sie die Dienstleistungen überfüllt. Oder Huhn macht Produkt- und Dienstleistungen. Sie aber auch. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Der Hund ist doch jetzt relevant. Besser. Keine Ahnung. Also schwierig. Da muss ich nochmal gucken. Gucken, ich habe sie nicht so ganz geblickt gerade. Gut gemacht, Kasuka-san. Die Angestellten sind zugewiesen und stärker. Weiter im Text. Bitte überprüfe die Angestellten, die Ichiban Praline zugewiesen sind. Oh, okay, das habe ich jetzt gemacht. Okay, zu Angestellten und Angestellten einzuweisen, ja. Im Moment, Ichiban Praline fünf Angestellte, aber ehrlich gesagt sind deren Gehälter wahrscheinlich die größte Bremse für unser Gewinn. Das klingt jetzt grauenhaft, aber wir müssen vielleicht zwei Leute feiern, um wieder in die Spur zu kommen. Ah, hä? Kasuka-san, bitte entlasse zwei Angestellten, die momentan keinem Unternehmen zugewiesen sind. Ah, okay, die keinem Unternehmen zugewiesen sind. Das sind denn die beiden hier. Aber der ist Stufe 5 eigentlich, ne? Die Gehälter von Angestellten, die keinem Unternehmen zugewiesen sind, werden in Form von überschüssigen Personalkosten bezahlt, die vom Gewinn abgezogen werden, um eigener geschäftlicher Erfolg nicht zu riskieren. Kannst du diese Angestellten entlassen. Okay. Super, wir müssen bald eine Verwässerung sehen. Jetzt können wir nur noch abwarten. Krass, das ist ja wirklich fast wie, ja, wie so eine Wirtschaftssimulation. Über das Menü Unternehmen verwalten lassen sich Unternehmen auch stärken. Über die Details entscheiden die Präsidenten. Okay, Kasuka-san, alles startklar, dann kümmern wir uns um das Geschäft. Okay, dann können wir noch mehrere Geschäfte haben. Boah, interessant. Ob das wirklich so ist wie ein Nakusa Zero, dass man wirklich auch ganze Stadtteile haben kann. Gucken. So, jetzt können wir verbessern und was? Okay, wir sollten das erste nicht nehmen, weil die Dienstleistungen dann da unten sind. Okay. So, jetzt können wir jetzt nehmen. Okay. okay ich habe jetzt mal überall investiert ich hoffe das war gut nicht dumm aber ich weiß es mal wir sollten ja investieren im geschäft ich hätte eröffnen sollen ich hätte nichts kaufen sollen naja über uns 1a geschäftsführer na egal das ist hier eine art mini spiel ich glaube nicht ich glaube das geht einfach so weiter jetzt machen wir das endlich ich hoffe das hat sich jetzt rentiert weil wir weil ich ja doch jetzt das ganze geld ausgegeben cool wir sind 221.000 yen und plus leute noch mal so man kann sechs geschäfte haben jetzt müssten wir rang mikro unternehmen sein also in den top 100 müssen wir jetzt drin sein normalerweise was nur ein 1 1 1 1 ich dachte wenn zumindest im mikro unternehmen aber nur ein punkt okay ein rang ja 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 Ich habe gesagt, das ist für Nick's. Ich glaube, wenn wir an den Bezug aufbauen, dann wird das Wirtschaftswerte καut. Wenn du auf die Wohnung gewertet, dann ist das die Wirtschaftswerte wichtig. Ja. Man muss sich das auf die Menschen beschäftigen, oder die Sachen beschäftigen. Ich glaube, es ist viel zu tun, aber ich glaube, wenn man mit dem Ausgaben hat. Das ist wichtig, dass die Zukunft an der Zukunft anregen. Ich bin ein Wettbewerb. Ichi-Bahn, äh Ichi-Yon, naja, konnte ich nicht lesen. Auf jeden Fall, den Namen ist schon beendet und die Poundmates-Auswahl wurde erweitert. Omelette haben wir bekommen. Omelette. Können wir jetzt raus? Ok, wir können raus, aber ich guck mich hier nochmal um. Bisschen Details gucken. Cool. Ja, wissen wir nicht, ne? Aber 27.15. war ja schon mal markiert in dem Hotel, wo wir da waren. Und das sind hier die Kekse, ne? Äh, ok. Merkwürdig. Naja, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Oh, Benden. Oh, ach so. So glaube ich, morgen. Öffne ich, einen neuen Abagnутat. Heute sind wir, wie du in der Wohnungstherritte schauen? Also, ich weiß nicht, wenn es gut geht. Das ist. Wenn du mit dem Covid hast, dann fließt das vor. Und zwar, dass du dich so richtig bei dir. Das ist gut, was für mich. Einige. Aber ich habe einen sehenwenden. Ja, naja, ich bin wieder von zu Hause. Ich habe mir das Gefühl, dass ich mich nicht so interessiert habe. Ich bin immer wieder aufgeregt, aber ich bin mir ein Verständnis. Das ist ein Verständnis von mir. Ich werde mich nicht so interessieren. Ja, das kann man das? Ja, das kann man das. Dann gehen wir an. Naan-chan? Naan-chan? Das ist gar nicht so schlimm. Ich bin sicher, dass meine Freundschaft erinnert. Aber... Aber was ist das? Ich habe auch schon gedacht, dass das so ist. Ich habe auch schon gedacht, dass das so ist. Ich habe schon gesagt, dass das so ist. Das ist sicher, dass ich mit uns. Ich bin sicher, dass sie sich mit ihnen ein wenigstens. Aber ich habe auch schon gesagt, dass sie die Wahl, dass sie die Wahl, die sie auch noch mal gesehen haben. Sie sind so für dich? Ich bin sicher, dass sie die Unterstützung haben. Ja, das stimmt. Dann gehen wir mal an. gestern nacht war krass oder da habe ich nicht gesehen gehen es war eine nette abwechslung ja wir sollten jetzt zur lagerhalle gehen wir sollten diese verdächtigen sache schnell auf den grund gehen das dürfen wir ja nicht vergessen aber jetzt da wir geschäftsführer sind müssen wir trotzdem viel länger ertrage ich das nicht dass der krankenhaushelfer geworden ist belastend die 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 Das war's für heute. Ich bin wieder zurück in den Händen. Nach 30 Minuten. Ihr seid wieder. Das ist doch alles gut. Entschuldigung. Ich glaube nicht. Wir warten mal kurz. Ja. Huh? Das ist sicher... Was ist das? Ich weiß nicht, ob es nur ein Schmuck ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schmuck ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schmuck ist. Ich weiß nicht. Was ist das? Oh, das ist ein Schmuck? Ich weiß nicht, ob es ein Schmuck ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schmuck ist. Das ist ein Schmuck. Ich weiß nicht, was ich mir nicht gedacht, ist es schwierig. Aber wo ist die Schmuck? Was ich nicht ausgezeichnet, oder? Ich habe einen Karten, der sich in den Karten verabschiedet. Nein, nein. Der Karten hat einen Karten, der in der 2. Er ist nicht weg. Aber wenn er auf der 1. Karten hat, hat er eine Karte in den Karten. Es gibt einen Karten, der 2. Es gibt einen Karten, der 2. Sie haben viel Geld. Das ist dann, wenn man das Karten hat. Dann kann man das Karten, dann kann man das Karten, was man damit bereit. Das ist das. Ich weiß nicht, aber ich habe es nur ein Problem, was ich vorbereitet. Aber wenn ich eine Karte habe, dann muss ich 30 Minuten dauern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr Geld hatte. Aber ich habe Geld. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war's für mich. Ich glaube, dass es ein Werkzeug auf dem 2-Bereich verwendet ist. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, dass die Produktion der Produktion in diesem Bereich alles verwendet ist? Es ist nicht so schwer, was es? Nein, Arielle. Hier sind die Produktion der Produktion für alle Produktionen. Die Produktion der Produktion in diesem Bereich ist alles in diesem Bereich. Das ist nicht so, was ich? Das ist nicht so, was ich? Das ist gut. Wenn ich mich nicht verletzen, dann ist es nichts, was ich. Das ist eine wichtige Frage. Ich finde, dass ich das nicht verletzen kann. Ich glaube, dass ich das nicht verletzen kann. Ich denke, ich denke, ich habe nicht nur 2, was ich für mich. Ich möchte, dass ich einen Kurs zu verdienen, weil ich für die Kursche, weil ich es nicht verletzen kann. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe auch noch einen Angriff für Verkauf, und ich habe es mit der Verkaufnahme. Wenn ich einen Restouran verkauf kann, das Geld teancen. Entschuldigung. Das bedeutet, dass ich uneregleiche von Kost, Also, weil ich einen Angriffen, an der Verkaufnahme zu kommen, weil ich mich nicht nur an der Tat um mich zu tun. Ich bin sehr dankbar, aber man hat mich sehr, was ich schon überlegt. Manche von Maubch, Das ist ein gull-Mabuch. Ich denke, Ma-Buch ist die Hälfte der Reise der Schrauben von dem Schrauben des Spots. Kann ich jetzt richtig sagen? Das war's für eine andere Sache. Ich weiß, dass man hier eine große Schrauben von Schrauben und die Schrauben bei der Spots. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin ja auch ein, was ich. Ich kann mich nicht mehr überraschen. Warte, ich kann mich nicht überraschen. Ich kann mich nicht überraschen, um die Schatz zu vertreten. Ich muss mich nicht überraschen. Ich muss mich nicht überraschen. Dann können wir uns in die Karte abwarten. Ich kann mich nicht überraschen, wie ich das Karte abwarten. Wie ist es so einfach? Das ist die Karte der Karte. Das war's für mich. Die Bewehr ist sehr schwer. Wenn ich mich nicht verabschiedet habe, dann wäre ich es nicht einfach. Wenn ich mich nicht verabschiedet habe, dann kann ich einen Schwerpunkt nehmen. Ich bin ein Schwerpunkt. Das war's für mich. Das war's für mich. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt für einen Schwerpunkt. Das ist ein Wettbewerb, was ich? Wenn ich das, dann werde ich. Ich habe kein Bord-Böden. Ich werde mir nicht mit meinem Job beantragen. Entschuldigung. Ich werde mich nicht mehr ansehen. Ich werde es gut machen. Okay, dann wird es morgen auch mit dem Arschluss-Bereich machen. Ich werde es morgen wieder aufwarten. Also, ich werde heute Abend ein liebiges Weihnachtsmusik machen. Ich muss die Stamina haben. Nann-chan, gehen wir an. Ich bin wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Okay, ich bin jetzt. Das war's für heute. Das ist die Einzelnen, und wenn man um Zeit lang will, wird das wieder anders sein. Huh? Aber ich weiß, dass es sich verletzt. Ich war damals schon so, dass ich an meinem Leben nicht mehr auskennen muss. Aber ich weiß, dass ich jetzt nicht anders bin. Ich weiß, dass es sich kein Problem wird, als dass etwas etwas gefährliches. Ich bin ein bisschen bereit. Aber ich weiß, dass es危險 ist. Ich muss mich um dich zu beachten. Ich bin bereit. Na, ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. 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 Hier ist es Still. Gotta machen. Ich bin bereit.